Irgendwie ist es so bei Dortmund, jedes Jahr grüßt das Murmeltier wieder. Jedes Jahr denkt man so, dieses Jahr werden die Dortmunder es schaffen mit Haaland, mit Rose, mit einer neuen Taktik. Sie werden es schaffen, diesmal die Bayern zu verdrängen und jedes Mal vergeigen sie es wieder, gefühlt. Ja, jetzt schon diesmal relativ früh am Anfang. Klar, es kann auch viel passieren, sie können es auch noch drehen und so, aber man dachte ja wirklich, nach gerade jetzt dem letzten Spiel gegen Frankfurt in der Bundesliga, dachte man, okay, die sind richtig gut drauf, die Jungs, gerade Haaland, absolute Maschine. Dann kam der Dämpfer im DFB-Pokal, äh, im Supercup, gegen die Bayern, wo sie verloren haben. Und jetzt schon wieder gegen Freiburg. Klar, ein bisschen unglücklich das Spiel angefangen. Grifo, wunderschöner Freistoß, siebte Minute und auf einmal läufst du einem Rückstand hinterher. Zudem verteidigen die Preisgauer richtig gut, das wissen wir unter Streich. Ja, ist auch so eine schöne Sache. Wir haben in dieser Saison so oft, also beziehungsweise von der letzten Saison zu dieser Saison so oft die Trainer gewechselt. Bei so vielen Vereinen, Streich bleibt richtige Konstante bei Freiburg und das zahlt sich aus. Super verteidigt, reingehauen in jeden Zweikampf, wie man es kennt. Dann sogar noch 2-0 in Führung gegangen. Ja, und was war heute mit Haaland und mit Mahlen? Ja, war nicht so toll. Ja, so die beiden relativ unauffällig, müssen wir ganz ehrlich sagen. Es gab dann zwar nochmal ein Eigentor, was die Dortmunder ein bisschen rangebracht hat, aber im Endeffekt war das zu wenig. Und Uli Hoeneß hat letztens gesagt, dass es noch lange dauern wird, bis der BVB wirklich ihre Träume, dass sie die Bayern verdrängen, wahr wird. Dass es wahr wird, da werden sie noch lange brauchen. Da hat er auf jeden Fall recht, wenn das überhaupt passiert, weil so irgendwie nicht. Es wird jetzt schon irgendwie gefühlt wieder in der Mentalität und nachdem du im Supercup verlierst, die Hoffnung schon wieder down sind, dann verlierst du es auch noch gegen Freiburg. Also ganz schlechter Start jetzt für die Dortmunder. Was soll ich sagen? Gefällt mir natürlich nicht. Ich wünsche mir auch eine Wachablösung im deutschen Fußball, aber nicht, weil ich die Bayern hasse, sondern einfach, weil ich mal Spannung möchte. Und wer soll es denn sonst machen? Na ja, Leipzig vielleicht noch. Ja, dann lieber Dortmund. Also mich enttäuscht es ein bisschen, diese Leistung von Dortmund. Aber was sagt ihr, liebe Freunde? Saison ist natürlich noch lang, kann trotzdem noch viel passieren. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, hat euch den Ball richtig flach.